Kennt ihr schon das Lalo Center in Heidenheim? Noch nicht? Dann müsst ihr hier unbedingt mal vorbeischauen. Es gibt hier ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel diese schöne schnelle Rutsche, ein Springkissen, wenn da mehrere drauf springen, macht das richtig Spaß, mir geht gar nicht mehr raus. Der Indoor-Kletterbereich ist mega, vor allem der ist richtig schön hoch und richtig schön groß, also hier können sich die Kinder locker aufhalten. Eine Balldusche, die man selber befüllen muss, das haben wir so auch noch nicht gesehen, also wir waren da richtig begeistert von. Es gibt verschiedene Rutschen, also nicht nur eine, es gibt drei Rutschen, eine ganz schnelle, eine ganz steile und eine für die kleineren. Dann gibt es einen wunderbaren Kletterbereich außerhalb dieser anderen Kletteranlage aus Holz, hier kann auch die kleineren klettern. Dann gibt es noch einen Kleinkindbereich mit Bällebad, Duplo-Stein zum Spielen, es gibt Bobbycars, also es fehlt wirklich an nichts. Euren Kindergeburtstag könnt ihr natürlich auch im Lalo-Center buchen, schaut hierzu vorher auf die Homepage oder auch wenn ihr sonst ins Lalo-Center geht, schaut vorher auf der Homepage nach, bucht euch euren Zeitslot, sucht euch euren Kindergeburtstagskategorie aus, dann bekommt ihr definitiv einen Tisch. Ab Ende März und auch den ganzen Sommer hat das Lalo-Center einen Außenbereich, wo auch ganz viel geboten ist. Es gibt ein Ferienprogramm, ein Faschingsprogramm, aktuell ist jedes Wochenende eine andere Faschingsgarde im Lalo-Center, also hier ist wirklich eine Menge geboten. Alle Informationen zum Lalo-Center findet ihr in der Caption unter dem Reel. Wir wünschen euch ganz viel Spaß, euer Waldkinder-Treffpunkt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.